Hi, Servus Leute und Willkommen zu einer weiteren Episode ARK. Ja, der sehr lange Weg zum Boss. Wir hatten doch die Schuhe nur noch mal probiert wegen den fehlenden Pelz, oder? Ja. Können wir das theoretisch wieder versuchen. Weil ich hier gerade einen Jutis sehe. Du bist glaube ich auch gerade in der Nähe. Ach nur, Level 4. Ah ja, da hinten ein bisschen. Hallo, der Herr. Ich will euch mal bestellen, bevor ihr mich bekommt. Ach so, die Kano's fressen den hier dann auf, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich hatte jetzt versucht wegzukommen da. Muss eigentlich erst die Kano's wegmachen. Die verprügelen mich hier, weil meiner außer Kontrolle ist. Ich will helfen. Aber ich fand echt krass, so ein 15.000 und 1.000 Damage, also Leben und Damage-Vogel hat Angst vor einem 4er Jutis. Ja. Ich mach mal die Kano's weg. Ja genau, weil das hat jetzt auch zu den Problemen geführt, weil ich abgebrochen hatte, den Jutis zu killen. Hier sind Pinguine, die wollen meine Pinguine fressen. Meiner! Erwischt! Meins! Ich hab den Jutis schon gekillt. Okay. Äh, auch den Pinguin so ist. Du hast die, äh, restliche Situationen unter Kontrolle, so wie's aussieht. Dann hol ich mal die gute Axt raus hier. Ja. So, Jutis nochmal auslernen. He, 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 heftig. Wieder 500. Ich schenk hier mal hin und nehm mir ein bisschen Podium. Und trotzig dann meinen Vogel zurück. Okay. 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 Poli hast du rausgenommen. Ein bisschen, aber ich bring noch mehr. Ich kann nicht viel tragen. Gut, ich hätte jetzt auf jeden Fall das Pelz da drin und Fleisch. Okay. Ich bin aber selber irgendwie voll, dann muss ich jetzt nochmal schauen, warum. Ach, weil ich auch schon Poli und Leder und so hab, aber jetzt nicht so viel, okay. Ich hab noch ganz viel Fleisch. Und Fleisch hab ich ja auch, deshalb bin ich so schwer. Ja, dann würde ich sagen, dass wir vielleicht Poli und Fleisch mal tauschen. Auf jeden Fall. Kann mich ja gerade noch bewegen mit dem Vogel hier. Dann mache ich ihn das jetzt, dass ich auch was tragen kann. Ja, ich habe ja auch schon mal ein bisschen Fleisch. Ja, ich tue gerade erst mal raus aus dem Vogel und tue dann ein bisschen Fleisch zurück. Gut, bis auf ein Stack hab ich jetzt das mal alles raus. Das Filet werfe ich weg. Und wenn ich noch ein bisschen Platz hätte, den Transporter, würde ich noch ein bisschen was loswerden wollen. Der war dann voll mit Fleisch. Der trägt gar kein Poli. Okay, dann werde ich mein Poli nicht mehr los. Aus Fleisch bin ich losgewogen. Okay, ich auch. In green. Mehr Fleisch wie Poli. Ja, da haben wir jetzt, puh, geschätzt 2000 Poli, wenn überhaupt. Ja, ich denke auch, auf jeden Fall mindestens. Das reicht schon für drei, vier so Sachen. Hm. Kommt drauf an, ob wir diese Sportrüstung noch herstellen wollen, ne? Ja. Bzw. Die E0 braucht auch 400. Braucht auch 400. Boah. Ich glaube nur Zweifel, oder so. Also 250. Ich habe wohl meine Nachtsicht rausgetan, den anderen Schwade. Ah, ich meine es auch. Also wir werden jetzt ein bisschen weniger sehen hier. Ich wäre dann für nach Hause fliegen und zur Not nochmal eine Pinguintour und dann ist auch alles nachgespawnt. Okay. Und wenn du einen anderen Flussschlag hast, einfach schon. Okay. So. Blaue Obi wegen Fleisch. Genau. Ich habe den schon anvisiert. Ich fliege nochmal unten ein bisschen lang wegen Polofia, sowieso. Da kann man ja auf dem Rückweg vielleicht noch den ein oder anderen U-Team mitnehmen, falls mal einen sehen. Ich habe auch, dass wir nur einen Baubahn gefunden haben, ne? Für Pelz. Ja. Vielleicht sollten wir doch mal ab und zu ganz schnell kurz ins Wasser und unsere bekannten Spots kurz mit dem Pläsi abschwimmen oder sowas. Ja, wie viel sind denn das? Zwei. Zwei. Ja, so drei, glaube ich, ja. Hier ist ja eine Lücke. Eine Rexlücke. Ach, wir hatten doch gar nicht alle hier, oder wie? Ach, du Schreck. Wir wollten die Truppe so lassen. Achso. Wären ein paar nicht mitgekommen sind und es ja trotzdem geschafft hätten. Stimmt. Bleist lieber an. Wackelt an. Schon allein wegen dem Lichtschlag. Ein Schwein hat sechs Level. Oh ja, was denn? Keine Ahnung. Ich drück mal was in den Druck, der wird voll mit dem, was ich habe. Okay. Jetzt wurde ich hier von Schwänzen weggefroxt. Ja. Wie hier. Aufschi hat gefressen und so. Jetzt weißt du brauchst du einen Schubs oder wie? Ja. Versuch's grad hier mal mit dem... Mäh. Ja, ich brauche einen Schubs. Ist dir eigentlich kalt? Autsch. Reicht der Schubs? Ja... Nee. Autsch. Oh, das war aber jetzt laut. Gut. Bitte nicht mehr. Ich scherb noch. Nicht mehr? Echt? Ja, ich hab gebrochene Beine gerade bekommen. An dreimal anhe... Nimm die Fackel raus. Scherbst du an Kälte oder wie? Nö. Nö? Die ist warm. Ich hab nur 100 Leben. Also ich hab äh... Schneebarkeit. Okay. Aber ich hab keine Lieben. Ja. Muss ich jetzt mal dran denken wieder. Dass er so ein Lauch ist. Aber hier ist schnell. Mhm. Ja, das sieht nur so aus. Ja, bin ich fast überhelfen. Und dann hab ich ein Fleisch gegessen. Hatten wir noch ein Schwein hier? Nee. Glaub nicht. Das hat man nämlich jetzt anmachen können. Aber eigentlich könnte man auch das anmachen. Ich denke, das Fleisch reicht, um das nochmal zu füttern. Ja. Denk ich auch. Ja. Oh, ist ein Pelzmüll. Pelz. Pelz. Oh, jetzt ist mir kalt. Wahrscheinlich hatte ich die Fackel da näher. Das war dein Leben oder so. Jetzt im Moment hab ich das nicht. Nee. Jetzt ist kalt. Ach, danke. Ich würd's mal starten. Ja. Das steht wahrscheinlich nicht dumm. Hm, haben die vielleicht... Nee, die sind nicht hier. Kann ich den Vogel mal wegbringen, bitte? Das macht eben nichts. Das hat wieder Startschwierigkeiten. Vielleicht wenn's ist. Wollen wir es vielleicht mal rausnehmen? Jetzt startet's. Ja, vermutlich war das so ziemlich alles, ne? Gut, kann sein, dass der Buff bei ein oder anderen nicht reicht, um fertig zu werden, um richtig heil zu werden. Nein, sieht gut aus, ne? Ja. Muss ich's bloß noch wieder fressen? In der Zwischenzeit gehen wir ja nach Hause und kümmern uns um das Produktionszeugs. Hier fehlt noch 1000 Akkes. Ja, dann mach ich's praktisch für Heil und Ausfall. Gerade noch mit dem Stoß gemacht. Genau, mach's wieder was. Wand voll mit Fleisch, Gewichtssymbol ist voll. Ja. Hat Kacke. Abgedrückt. Für deinen... Welches auch mit wenig Kacke? Oh, wait. Wegen 4 Kilo? Okay. Weil wir keinen haben, nicht? Probieren, ausprobieren, fest. Sind sie überhaupt 4 Kilo? Nee. Drei Kilo sind das nur. Nee, geht. Geht. Wegen ich dir. Du kümmerst nicht um deine komische Farm da. Ich renne da nicht rein. Bau's gescheit oder kümmer dich selber drum. Ah, das ist gescheit? Nee. Innovativ. Nee. Doch. Oh, ich bin schnell nach außen. Ich hab gebrochene Beine. Hast du zufällig einen Krank? Hebe ich sie aber nicht. Okay, dann muss ich schnell fliegen. Würde ich auch sagen. Nein. Ist so kalt hier. Hm. Ja. Ah, jetzt ist mein Fahrrad kaputt gegangen. Ich bin nicht. Stirb doch jetzt. Ich glaub. Es ist 15. Fliegst du aber auch ein bisschen hoch fürs Sterben. Ach, das kann man jetzt. Nein, ich flieg ja schon nach unten. Ah, das wird knapp. 10. 9. Einmal Fleisch essen, auch wenn ich mein Hunger hab. 6. Verdammt, ich glaub ich sterb wirklich. Ja, ich sterbe. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 7. mal neben deiner leiche ja dein vogel hängt da oben das ist vielleicht im pfiff reichweite oder ja muss nur hier raus jetzt ein ut zwölf jetzt sterb ich nochmal weg hier es ist ja auch zu kalt minus 19 ist ja heftig ich bin hier im grünen ich weiß immer noch 19 als minus 8 ich überlebt ich versuche den judy noch zu bekommen ich schlieg in der zeit mal nach hause macht das ist ja zu gefährlich ich ziehe einfach mal eine gescheite pilze an und das ist schnuckelig warm hier ich habe extrem ich zurückgehalten die ganze zeit hallo blöder wolf mein uti was ist denn der jetzt noch gestorben seltsam kann man jetzt hier absteigen ich probier's mal so sehen wie viel pelz noch drin ist hier war noch action nachdem das vieh schon tot war ja fast 300 gut nehme ich das mammut noch mit hier daneben und wolf bringt auch ein bisserl was so und folge wieder Ich bin schon wieder heal fast. Ja, mit 100 Leben ist man ruckzuck heile. Ja, du musst zwei Fleisch essen und dann bist du wieder voll. Das sieht man aber irgendwie anders, wenn man ganz frisch ist, ne, auf nem Server oder so. Lofia sieht auch ein bisschen pelzig aus, bringt kein Pelz, das habe ich wahrscheinlich schon hundertmal probiert. Glaub ich auch, mit Pelz bin ich ein bisschen komisch hier manchmal. Gut, ach, tue Schreck bin ich voll, so kann ich nicht fliegen. Ach, du Schande. Was tue ich raus? Das Fleisch brauchen wir ja zu Hause eigentlich eher nüt, ne? Ne, zu Hause nicht. Der Drenkel ist immer noch, weil ich probier es mal, aber puh. Ist doch ein Alpha. Vorher schon beim Angriff gedacht, Mann, das ist doch kein normaler Kanu. Ich check mal unseren Metallbestand. Ja. So, also hier, das sind tausend, tausendachtzig. hundert. Ah, hier sind, äh, zweitausend jetzt insgesamt schon. 100, 300. Okay, reicht. Okay. Es reicht für die Indie. Und den Fabrikator, äh, äh, das ist Fabrikator. Repplikator sind auch noch mal fast 2800. Es reicht. genug. Ja gut, dann bauen wir es halt vielleicht auch noch auf. Ja. Ewigkeiten Nein gesagt. Ich überleg mir in der Zeit schon mal vielleicht paar mögliche Plätze. Was halt manchmal nicht so genau wie groß sie ist, aber ich überleg sie. Wenn es dann ungefähr so wird wie deine Farm da mit den Mistkäfern... Hm, nee. Nee, nee. Ich glaube es wird besser. Ich habe schon zwei Ideen. Ich glaube die sind ein bisschen besser. Für die eine Idee muss ich ein bisschen genau wissen wie groß sie ist, aber... Könnte man drüben. Ja, ich habe zwei. Jetzt schauen muss noch so produziert werden kann schon mit den Weichpulli, bevor ihr jetzt ewig viel verdirbt. Aber es jetzt schon produzieren soll. Ja, warum nicht? Ich muss nicht zuschauen wie du eine Pump anwirrst, wenn noch Material da ist. Also das ist unnötig. Ich denke aber, wenn, dann müsste man zuerst die Windy machen. Ja, da sollst halt schauen ob irgendwas machbar ist, wo es jetzt nicht unbedingt uns das Metall wegfrisst. So, ah doch doch, das Rotdings. Eben, weil das hat ja gar kein Metall gebraucht. Ja. So, in dem Plan erwarte ich eigentlich nichts, aber ich fliege jetzt gerade hier dran vorbei. Mal reingeschaut. Zweimal Kompass Bauplan. Ja, wenn man im Team ist, hat jeder einen Bauplan für den Kompass. Ja, ist gut, ne? Ein zweimal. Mhm, ja. Da gibt's wenigstens keinen Streit, ne? Ja. Was für ein Scheiß. Da wird's drei, ne, zwei hergestellt, eine 50er ist rumgekommen. Eine 50 plus Brustplatte jetzt. Also, ja. In der Wahnsinn. Aber ich muss grad mal gucken, das Poli sieht sehr wenig aus jetzt, das noch da ist. Ah, okay. Mein Profil hat auch noch gut, war das denn deiner? Ich glaub auch. Hm. Da ist nicht zu viel drin, aber ich bin grad da. Okay. Es wär schon gut, wenn wir unsere Alltagsvögel als allererstes lernen, bevor man den Transporter leer hat. Gut, den hab ich jetzt, äh, angefangen gehabt. Also, ich würd jetzt noch eine Platte machen und dann erst mal aufhören. Okay. So, das hier ist diese Industrie Schmelze. Die ist ab Level 80, ist die Skillbar. Zum Freischalten, 250 Kristall, 2500 Metall, 400 Poly, 600 Cement und 400 Öl. Ja, ist nichts mehr rumgekommen, außer die 50er. Aber ich denke, es ist in Ordnung. Was ist in Ordnung? Ähm, die Sworddinger. Ja, wenn nur eine 50 ist und die andere ist nur 12, dann ist das ja nicht in Ordnung, oder? Ja, das ist 20. Ist schon in Ordnung, der eine hat eine 50er und der andere eine 20er. Ja, okay, dann nimmst du die 20er, finde ich in Ordnung. Ja, ist okay. Kein Problem, kein Problem. So, das heißt, wir müssen noch ganz die Metalle reinschaufeln. Öl, 400. Guck mal, das Öl. Und dann ein Kristall gleich noch dazu. Ein Wort Kristall? Ja. Ja, ich versuche einfach mal Metall. Ja, das kann man bestimmt von oben auch rüberflücken lassen, zur Not. Gut. Ich stelle mich auf den Fabrikador drauf. So, Strukturen, Herstellung. Ich checke das jetzt nochmal ab. Noch 10 Kristall brauche ich. Und Öl kann ich 51 rausnehmen. So. 1,2 bis 3 kann ich machen. Ah, nun. Dann mache ich das Bild mal in die Räuterkammer. Zack. Die geräuschert noch schön. Ach, ich habe gerade die Viere noch nicht. Gut, dann täusch mal, wie viel jetzt schon drin ist von dem ganzen Quatsch. Herstellung. Da fehlt noch eine ganze Menge. Und was? Metall. 700. Ich kann nicht mehr denken. Ich checke mal die Werkbänke. Hier sind 97 nehme ich raus. Ja, nebendran ist auch noch ein paar. Hier ist noch gut Metall, ja. Nehme ich mal raus. Achso, ich habe jetzt glaube ich die Munde genommen. Ernsthaft jetzt? Ja. Vielleicht helfen. Ich habe jetzt zwei Stecks im Inventar. Ich kann sie in die Werkbank tun. Alternativ. Aber stellen wir dann eh die Sattel her. Jetzt fehlt noch das Poli. Jetzt noch 300 Poli. Guckst du bei mir rein? Das ist den, den wir bekommen auf jeden Fall. Ja. Ja, Pelz kann ja noch raus, wenn du mitmachen willst irgendwie. Wie mitmachen willst? Bei dem Pelz haben wir ja noch rausräumen in die Werkbank für die Ruhe da. Die können wir auch noch herstellen. Ja, ja. Strukturen, Herstellung, jetzt. Industrie-Schmelze. Mal hergestellt. Wieder ganz viel Platz hier drin. Das Ding ist nicht leicht, das könntest du jetzt gar nicht aufstellen, so ohne weiteres. Echt? 50 Kilo. Doch, das kriege ich jetzt, das kann ich fragen. Ja, du musst aber dich wahrscheinlich noch rausziehen. Nein, nein, das kriege ich hin. Okay. Keine Sorgen. Es wird dich hinbekommen. Erst mal den Pelz ausziehen, sind doch ein bisschen warm jetzt hier inzwischen. So, und das Ding ist halt ein ganz schöner Oschi, wie man hier sieht. Ein richtig fettes Teil. Es ist größer wie die Bays. Mitten rein einfach. Wollen wir deine komischen Vögel hier weg und so. Passt nicht hin, guckt oben raus. Wirklich? Ich hätte nicht gedacht, dass ich, also, ab gestern nicht so groß war. Ich schaue nochmal genau, bevor ich Quatsch erzähle, aber... Ja, also, man kann, soweit ich das weiß, die vorher platzieren und dann die Decken einziehen, aber jetzt ist es zu hoch, es guckt hier oben raus. Okay. Ich würde ja... Oh. Braucht fünf Wände hoch. Auf dir meine Plätze, die ich rausgesucht habe, zeigen. Also, ähm... Ich fange mit meinem schlechtesten an. Das ist da hier oben. Ja, deswegen, ich bin mir auch nicht sicher, wenn die zu groß ist und man hier nicht mehr vorbeilaufen kann, das ist halt kacke. Ja, warum willst du denn da vorbeilaufen? Oder... wenn ihr ein Bays? Ja, da läuft es halt andersrum ums. Ja, okay, ja, würde auch gehen. Das Vorbeilaufen ist nicht mein Problem, sondern eher, dass du das Metall ja von hier zu deinen Werkbänken bringen musst. Oder... ...hatte ich mir gedacht... ...hier drauf... ...und dann den Anki oben zu landen, und dann kannst du ja auch reinmachen. Und dann bist du ja nur ein kleines Stück weiter weg von den Schmelzöfen. Oder die Plattform weiter hier rüber oder so. Gut, also meine Zwischenidee wäre gewesen, hier unten einfach nochmal schauen, ob ich ein Fundament noch hinbekomme, wo der Biber steht, und das Ding da hinzuhauen. Wird auch gehen, ja. Immer noch zu heiß. Mit Flak. Habe ich Pelster an? Nö. Ach, zwar oben wegen den Maschinen wahrscheinlich. Oh, kommt das Kabel her. Ja, das läuft hier wegen zu der Lampe, mehr oder weniger. Ich habe das Kabel noch nie gesehen. Ach, das hier. Ja, da hatte ich meine ersten Versuche gemacht, und da waren dann deine Boxen drauf. Da konnte ich es wahrscheinlich auch nicht mehr wegnehmen, aber hier wird gar kein Fundament mehr hergehen. Aber ich stelle mal ein, zwei her. Mal schauen, wo man das snappen lassen könnte. Das könnte ich auch vielleicht ein Dach machen. Ja. Dann könnte man doch theoretisch auch die Wand da aufreißen, oder? Ja, ja, oben die Wand, ne? Ja. Oben die Plattform gelandet, Plattform halt einfach den Durchgang da ein bisschen vergrößern, ja. Wie sieht es denn aus? Holz ist da, das ist schon mal gut. Kleines da. Ich denke Fundament wird nicht, ich probiere es trotzdem mal. Egal. Und dann machen wir zur Not mit Dächern weiter. So, ich saue schon was von meinem Pelz raus, hier sind sie mich zu schwer. So, was kann ich noch loswerden? Nichts zu wirklich. Zu schwer. Einfach furchtbar. Beim nächsten Mal einfach mehr Gewicht geben. Ja. Aufschreiben unter 350 macht keinen Sinn. Also, ich habe ja gerade 100, also du kannst einstecken. Mit deinem, keine Ahnung, was du hast. 350. Ja, eins geht hin. Hey. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne mal ein Like da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns zur nächsten Episode. Tschau Leute. Tschau.